Ich wurde gescanned. Ich glaube, ich bin aus Metall. Natürlich, weil ihr draußen sicher wart und ich musste reingehen und mich da schießen lassen. Der packt ja immer noch hier. Soll ich vielleicht nochmal einen zweiten Strafknöllchen geben? Oh, schluck auf. Äh, wo wollte ich hin? Ich wollte Spike im Tattoo-Pallor ein wenig unter die Arme greifen. Der wollte vögeln. Der war gut. Ich bin nicht hier für das. A Tattoo, dann. Es wird wirklich aus der Jawline bringen. Mein Körper wears genug scars. Believe mich, du kannst nicht genug haben, diese Puppe. Wenn du nicht hier für inking hast, was du willst? Ein Biker called Spike. Ich habe er, er war dein Künstler. Ich serve keine Biker. Ich weiß nicht, wer dir das gesagt hat, aber es ist ein Lade-Bull. Hast du verabschiedet, dass du Tattoo für die Strecke-Vulcher machen möchtest? Was? Du hast keinen Proof-Cop. Jetzt bleib aus meinem Kass. Ich muss zurück zu meinem Arbeit. Was? Eine Sacknase. Also, durchsuchen wir einfach mal einfach alles. Oh. Oh. Bike-House, Bike-House, Bike-House. Bike-House, 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 Bike-House. His Motorcycle must be parked outside. It's some sort of chopper. I don't know. You can check the plate number on that photo. Schusswogenfühlig, was? Moment. Äh. I know there is more you are not telling me. His Motorcycle has a decal on the gas tank. It's a black vulture with wheels instead of claws. Wise choice for a scum artist. I can't concentrate with all those reflections bouncing off your armor. Aha. Should we also be a spinner? Hey, Robocop. Mr. Mills would like to have a word. He's waiting in the car. Come on. Come on. It is an honor to finally meet the hero of the city in person. It's a shame that our basketball team can't fill us with similar pride. Just lost to Atlanta. Some say it's because of a lack of team players. Do you think it's that important? Being a team player? Cooperation among police officers helps increase efficiency. And not just among police officers. I'm glad you look at it that way. As for me, I have always valued team play. That was the way things were when my parents worked for the city. My grandfather used to tell me that this neighborhood was a great place for an evening stroll. Now it's different. Kuzak allows the city to be taken over by criminals. He can't stop it because he's not a team player. He fails to realize that OCP has given this city its most precious treasure. You. I want to work with you and OCP to improve this city. I want to take care of your interests. It's about time someone did. But to make it a reality, we would need your support. So, what do you think about getting involved in politics? I follow politics, but I do not take sides. So you allow others to use you. Becoming a pawn. You are the symbol of this city. Everything you do, everything you say has a political impact. No matter if you talk privately or publicly. You should choose what you want to represent. Incompetence and unaccountability or partnership and determination. Only one of these paths leads Detroit to its former glory. You say you value team play. Together, let's form a team for the good of this city. We have a common goal. Together, it will be easier to achieve it. Now, you'll have to forgive me. We're already late for another meeting. Now think about what we've discussed. About what we could do for this city. Together, as a team. I count on your support. Ich mag beide Politiker nicht wirklich. Der hier ist ein bisschen schlammig. Der andere ist ein bisschen offener mit seinem Kram. Aber beide am Ende des Tages sind halt politische Arschkrampen. Spike, mach mal auf ein Fotoscan. Ah, der hat auch noch ein Foto von Spike. Ich krieg zu viel. Erstens haben wir ein Motorrad. Neue Karte. Ach, jetzt wird mir das Gangversteck da oben auch angezeigt, wo ich die Kiste gelöffnet habe. Nice. Also immer, nachdem das ab nochmal geladen wird, wird das wohl aktualisiert. Oh. Also ist die Leiter. Ach, was haben wir denn hier? Rechte Maustaste, du Troddle. Ach, jetzt soll ich lauter Motorräder scannen. Alles, was mir XP bringt. Das ist ein Shopper. Hat aber die falsche Markierung. Ich weiß ja nicht, ob es eine Absicht ist. Wirklich so rein sind mit der Delta City. Das ist es. Haben wir hier noch ein anderes Spike irgendwo, was ich scannen kann? Ne. Ich meine, jeder Scank bringt XP, also... Ich meine, die Leute scheinen Q-Sack nicht zu mögen und sagen ganz viele negative Sachen über Q-Sack. Und Q-Sack ist der Einzige, der über diesen Mitteln was anderes sagt. Ich glaube, der eine Graffiti-Schmierer bei den Postern war der Einzige Ehrliche. Der hat nämlich beide einfach beschmiert. Hallo, Schwester, äh, Schaltkreise, Disc. Finally, endlich, endlich, die 30% Zusatz-XP. Practice makes perfect for the developer of any skill. Oh, das sieht nicht so schön. Ich dachte schon, der schmiert hier irgendwas an die Wand, aber der reinigt Blut. Also wurde irgendwann da wohl der Schädel weggepustet. Ich meine, das ist hier schon eine Crime-Scene. Oh, die Torchers haben den Spike geschnappt. Ja, wir werden arbeiten in kein Zeitpunkt, Herr Wendel, Sir. Ja, wir werden nicht schlafen. Er hat uns benutzt, wie er uns benutzt hat. Er hat uns gebeten, aber wir haben uns gebeten. Das ist das, was ich wollte, wenn wir alt waren. Ah! Talk about a sore loser. You had your chance and you blew it. Now it's the third chance turn. Deal with it, biker bitch. I wanted to say don't be stupid, but who would I be kidding? Oh shit, we've got company! Mark, have I joined the party, creeps? You weren't invited. Let's crush this tin can! Watch out. I want to say don't be stupid. Was zum Fick ist das für ein Hightech-Teil? Ich wünsche, ich könnte zoomen. Übertragen beginnend ändern, Karte ändern. Zielübertragen, Hardware einrichten. Aus die P-Systems, Fortschrittliche Übertragungssysteme. Wie die Übertragung? Ah ja, die Kamera. Ah, das ist safe. Blub, blub, blub. Halt, franchisier. Ein zяли auf die iTunes. Dieслиmmelisten. War называется an計onier. Wie die Brüderjede. ich glaube das ist nicht nur für die reparatur ist das spikes wohnung oder kriegst du diesen new herz ich würde davon ausgehen dass das bikes wohnung ist das würde die motorradteile hier erklären weil ich dachte erst das wären möglichkeiten für foltern aber denn er gern dass die wohnung macht so ein bisschen mehr sinn für spike als die tortschatz was just where is it when now I better be in front of a screen was supposed to reach because he's always watching operator requesting an ambulance one unconscious future of suffering heavy blood loss es kann auch sein dass sie der gehirn vielleicht nicht für cyber fixierung brauchen sondern vielleicht für drogenherstellung drogen auf basis des menschen jemandem gehören wenn endorphine produziert also altes einkaufszentrum operatoren windows trail leads to the outskirts west of town continuing pursuit irgendwann wird sich schon um die wohnung kümmern die polisisten werden herkommen dass alle schön zutagern hat er noch was zu sagen Also Wendel guckt sich gerne diese leichten Snuff-Videos an wie es scheint. Sie sagen, dass wenn Mills gewinnt, wir alle ein Apartment in Delta City bekommen. Er kriegt eher einen Grabstein außerhalb von Delta City als in Delta City eine Wohnung. Nix Neues. Let's go. Ah, ich muss gleich mal runter, wenn es hier ist. Mann, 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 Mann. Ich dachte eigentlich, die meinten, dass wir da in der Öffentlichkeit hätten, aber offensichtlich nicht. Ja, okay. Das ist so eine typische verlassene Mall. Wendel, mal gucken, was für Schläger er diesmal auffährt. Ich meine, die Torch Heads und die Vultures müssten die eigentlich mal bald ausgelöscht sein. Eigentlich schon recht geschmackvoll. Ich meine, die meisten Malls sehen eigentlich ziemlich cool aus. Aber das ist so unendlich viel Platz, der überdacht ist und Wohnraum bietet. Leider, wenn so etwas verlassen ist, wird es ziemlich schnell zu einer Ruine, wie man sieht. Verlassene Plätze machen die Leute gerne kaputt. können sie gar nicht mehr verbinden. Und jetzt nicht die Antwort. Das ist der neue Mann. Er ist für einen Bigwig zu kommen. Er ist für einen Psycho-Presentation. Und wer ist der Bigwig? Das ist das, was ich will herausfinden. Mr. W, wir haben noch keinen Kontakt mit der Funhaus. Ich bin auf dem Telefon. Wir sind bereit. Ich verstehe, aber bitte sag ihm, dass das nicht ein Gespräch ist, das kann sich postponieren. Ich verstehe. Also? Sie sind nicht gekommen, oder? Bist du? Keep dein Angst zu dir, oder ich will meine mit dir. Rumble? Wer ist da? Show dich selbst! Du besser nicht. Wie du willst, Creep. Du bist unter Arrest. Komm ruhig. Du glaubst wirklich, das wird passieren? Was ist das, Metal Freak? Vergesst, wo du dein Auto verlassen hast? Du besser gehen, Mr. Ortiz. Es scheint, dass es Probleme gibt. Die Platine ist schon wieder verrutscht. Hören wir aber auch klar, dass das passiert. Die Platine ist schon wieder verrutscht. In der Monitor-Warn kann ich nicht. Ähm, habe ich gerade mit dem Stuhl den Beang zerstört? Da fragt man sich, was für eine Präsentation hatte der hier im Kopf. Ich meine, die haben eine Monitorwand aufgefahren. Einen Generator für den ganzen Scheiß. Einen Computer, einen Drucker. Stühle. Was wollte der präsentieren? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Autos noch irgendjemandem Rechtschaffenden gehören. Wir haben Schreit Systemfehler. Oh nein, er hat eine seiner Episoden. Welche Situation gehe ich denn? Anstatt den Rubekorb kalt zu machen, verpissen die sich einfach. Naja, typische Schorken-Geschichten. Man geht doch sicher, ob die Blechblöcksel hinüber ist oder nicht. Ich sehe gerade meinen Munitions-Counter. Ja. Natürlich komme ich, mein Junge. jedes Mal wenn das passiert bleibt er einfach stumpf stehen oder er wegt sich an Orte an von denen er nicht weiß wo er sich hinbewegt an den längsten kurzen gingen die ich hier gesehen habe das ist interessant er überschlägt nicht nur seine eigene Vergangenheit sondern auch die Vergangenheit der Maul die er wahrscheinlich sogar damals wahrgenommen hat als die Maul noch aktiv war er aussieht wie ein Pfeil nicht von Bedeutung das ist ein sehr merkwürdiger Platz für so eine Rolltreppe ich sehe hier drinnen nämlich keine Läden das ist einfach nur Rolltreppen irgendwie sinnlos gesetzt finde ich das wird so eine manikeren Scheiße nochmal und kleinere Sprecher aus der Junnberry jetzt eine freie Gilt für die Freunden Goldfinns Jewelry hat ein an 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 eine ein 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 Ich hasse Mannequins. Okay, da das hier kein Horrorspiel ist, nehme ich an, die Torstadt haben sich ein bisschen Spaß erlaubt, die hier alle aufzustellen. Oder wer auch immer hier rumrenadiert hat in der Mall. Allerdings, Murphys verdrehte Wahrnehmung lässt sie sich alle immer in eine Richtung ausrichten. Nur zumindest die meisten von denen. Und ihre Position wechseln, warum auch nicht? Ich meine, die im Eingangsbereich, die ich geköpft habe, hat sich nicht umgedreht. Alle anderen klatschen mich on. Mal gucken, wenn ich ein bisschen rumlaufe, wird das wahrscheinlich nochmal passieren. Ah, vielleicht auch nicht. Das könnte ein Juwelier gewesen sein. Tschüss. Wo bist du jetzt? Das ist nicht dein Vater, Kind. Das ist nicht sogar ein Polizist. Ich weiß nicht mehr was ist. Interessant, ich mache eine Wand. Alter. Das Muffy selber darauf nicht reagiert, finde ich ein bisschen schade. Ach, die Gruppe von Monikons draußen ist wieder weg. Ach, draußen haben die sich wieder an die richtigen Stellen gestellt. Da waren wir ein paar Teile übrig. Och, das ist ja jetzt sicherlich. Nun, wir brauchen das Böden. Das war's für heute.